Ein neues Video vom dunklen Parabelmann. Diesmal tatsächlich ziemlich dunkel belichtet, aber schauen wir rein. ...die Stadt gelaufen, habe Menschen beobachtet und da ist mir mal... ...wieder aufgefallen, Generation Z ist völlig nutzlos. Faul, nicht belastbar, egoistisch. Zumindest liest man das ja quasi täglich in irgendwelchen Zeitungen. Sehr viele, sehr nette Dinge. Aber wusstet ihr, dass die jetzt auch alle rechts sind? Bartonek sagt nein. Bartonek sagt, ich bin auf keinen Fall der Sprecher meiner Generation. Und ich bin wahrscheinlich sehr rechts. Presse hyperventiliert. Alarm! Alarm! Eine Stu... Hat irgendjemand von euch dieses, sagen wir mal Video actually gesehen? Ich glaube, alle kennen diesen Clip, aber ich glaube, den ganzen Film hat niemand gesehen, oder? Studie hat unserer Jugend eine erschütternde Diagnose gestellt. Repräsentative Umfrage. Stimmungstief und Rechtsruck bei Jugend. Immerhin besser als ein Rechtsruck bei gleichzeitigem Stimmungshoch. Aber hey. AfD, Jugend, Rechtsruck, Studie. Der eine Teil der Medienlandschaft so ignorieren. Der andere so ausschlachten. Die Ampelparteien verlieren. Union und vor allem AfD gewinnen klar an Zustimmung. Ich finde, ein Rechtsruck ist halt nur solange was Schlimm, solange Leute eben auch nach rechts extrem rucken. Oder nach rechts außen. Weil wenn nur Leute von gemäßigt links zu gemäßigt rechts rucken, ist das erstmal eine ganz normale politische Veränderung. Auch ein Statement der Generation gegen die Regierungsparteien. Ja, da lassen sich ganz herrliche Schlagzeilen bauen, oder? Ich persönlich fand beide Ansätze falsch, weil sie uns nicht weiterbringen. Und deswegen habe ich nach Antworten gesucht. Also auch die Frage, wie können diese undankbaren Faulenzer es wagen, unser Boomer-Festival unter Deutschlands wichtigster Glaskuppel scheiße zu finden. Und dann auch noch die AfD zu wählen. Wie können sie nur? Und die Antwort ist Enttäuschung. Maßlose Enttäuschung. Wie zum Teufel konnte eine Fortschrittskoalition ausgerechnet bei denen so reinscheißen, die am dringendsten Fortschritt wollten. Das schauen wir uns jetzt an. Diese Jugendlichen, noch nichts geleistet, aber den ganzen Tag auf TikTok hängen und sich von blauen Herzen radikalisieren lassen. Deshalb wollen wir das Ruder jetzt rumholen. Wow, okay. Bei dem... Warte, was? Haben sie es eben geschafft, noch peinlicher zu sein, als... Haben sie es eben noch peinlicher... Also sie haben es geschafft, eine noch peinlichere Version von Maximilian K. zu werden. Guckt euch das an. Deshalb wollen wir das Ruder jetzt rumholen. Wow, okay. Bei dem Content hat die AfD auch weiterhin absolut gar nichts zu befürchten. Für richtige Aufregung hat jetzt aber die Trendstudie Jugend in Deutschland 2024 gesorgt. Liegt vermutlich auch daran, dass sie mit Zahlen eine Entwicklung untermalt, die eigentlich schon länger zu beobachten ist. Die junge Generation wird im Vergleich zu den Befragungen der Vorjahre immer unzufriedener. Besonders mit der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Lage. Und dann auch das noch. Die beliebteste Partei unter den Jugendlichen ist mit 22% die AfD. Dicht gefolgt von der CDU. Das muss doch Propaganda... Also laut Valumat gehöre ich zur zweiten Gruppe. Na sein, ist das überhaupt eine richtige Studie? Aber nein, Freunde. Sie ist ein Märchen. Jonathan Frakes formuliert das ein bisschen drastischer, aber es gibt durchaus Kritik. Erstellt wurde sie von einem selbsternannten Experten für die Generation Alpha, Z und Y. Nach eigener Aussage wurden über 2000 Menschen zwischen... AfD schockiert mich ein bisschen. Ja, wie... AfD wäre auch keine Partei, die ich persönlich in Frage ziehen würde oder in... in Auswahl... in meiner Auswahl berücksichtigen würde. Aber zum Beispiel, dass mehr junge Leute CDU wählen... Ja, wir haben eine Demokratie. Jeder soll wählen, was er möchte. Und wenn die CDU gerade guten Wahlkampf macht... Lass die Leute CDU wählen. Ich meine, regt sich ja auch niemand drüber auf, wenn dann... Ja, natürlich. Also, du darfst natürlich sagen, dass du das schlecht findest. Weil du eher Fan von SPD oder Grünen bist. Safe. Alles in Ordnung. Aber wir würden doch auch nicht Angst vor einem Linksruck haben, weil jetzt ein paar mehr Leute die Grünen wählen. Würde auch niemand drüber berichten. Gemäßigt rechts und gemäßigt links ist doch vollkommen okay. Das ist eine ganz normale demokratische Entwicklung, wenn es sich da zwischen hin und her schiebt. 14 und 29 Jahre online befragt. Und in dieser Altersgruppe will die Studie dann jetzt repräsentativ sein. Die Studie kann jetzt nicht die genauen Gründe für 22% AfD erklären, aber versucht, den Kontext der Entwicklung zu zeigen. Die Krise war gefühlt vorbei, aber die psychischen Werte, die wir beobachten, sind... News würde drüber berichten. Ja, ist ja aber auch vollkommen okay, weil ja auch über das Gegenteil berichtet wird. Wie gesagt, das ist ja auch nicht schlimm, aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Das ist eine demokratische Entwicklung. Darüber berichten ist ja auch erstmal okay, aber man sollte es nicht als Untergang der Demokratie darstellen, wenn es darum geht, dass Leute eine demokratische Partei von welcher Richtung auch immer wählen. Nicht etwa gefallen, sondern sogar noch gestiegen. Also der Krisenmodus hält an. Ist das so unverständlich? Wenn immer zu Krise ist, dann ist das eben jetzt das neue Normal. Und dazu auch noch dieser Song von Laura Müller und dann hat sie auch noch angekündigt, einen weiteren rausbringen zu wollen. Jeder Mensch hat doch Grenzen! Als die Trendstudie vor zwei Jahren schon mal erschienen ist, hieß es auch schon, Jugend in der Dauerkrise. Und in dieser Dauerkrise haben damals viele erst... Oh nein, FDP. Die Jugend driftet nach rechts ab. ...Wähler auf die Ampelparteien gesetzt. Gegen einen weiter so. Viele konnten sich damals schon nicht mehr an die Zeiten ohne Merkel erinnern. Etwas ganz Neues sollte her. Und das haben die Parteien damals auch verstanden. Das dachte ich zumindest. Mehr Fortschritt wagen, das war ja das Motto des Koalitionsvertrags. Gras ist jetzt legal, also... Naja, da kann sich ja keiner mehr beschweren, oder? Offenbar schon. 2021 waren Grün und FDP bei den Wählern bis 29 Jahren noch die beliebtesten Parteien. In der neuen Trendstudie wurden sie gemeinsam mit der SPD krass geschortet. Also vor allen Dingen die FDP. Darf er so? Aber klar, die FDP... Ja, aber... Aber man muss auch sagen, auf die FDP wird medial immer das meiste Zeug geschoben. Also die sind legit die kleinste Partei dieser Koalition. Die kleinste. Aber wenn irgendwas schief läuft, wird medial gegen die FDP geschossen. Wobei man eigentlich doch mal klar sein muss, das ist die kleinste Partei. Die hat das nicht maßgeblich entschieden. Die hat das meistens am wenigsten zu verschulden. Man kann nicht davon ausgehen, dass eine kleinste Koalitionspartei an allem Bösen schuld ist. Die FDP hat für junge Leute das Entscheidende einfach immer noch nicht geliefert. Wo Porsche. Sogar die CDU ist laut Trendstudie bei der Jugend gerade beliebter als die drei Ampelparteien. Rezo würde sich im Grabe rumdrehen. Apropos Grab. Die CDU hat... Hä? Rezo ist doch noch gar nicht tot. Bei der letzten Wahl 1,1 Millionen... Oder wurde der zerstört in einem Boxkampf einfach gekillt von einem extrem jung aussehenden, sehr, sehr zerstörerischen CDU-Politiker. ...wähler an den Tod verloren. Ist auch eine Art den Altersdurchschnitt zu senken. So, und wie haben jetzt die Parteien auf diese Äußerungen und diese Erkenntnisse dieser Studie reagiert? Naja, die Grünen versuchen es mit dem Satz, den alle Politiker über alle Menschen sagen, dem Verdacht sind, die AfD zu wählen. Viele junge Menschen fühlen sich von den Grünen nicht gesehen. Sagt zumindest die Vorsitzende der Grünen Jugend, Katharina Stoller. Die Zukunftsparteien hatten doch aber genau dafür jetzt eine halbe Legislatur schon Zeit. Die Ampel war mit einem Fortschrittsversprechen... Ich hab mir was verkniffen. ...gestartet, doch sie löst dieses Versprechen vor allem für junge Menschen nicht ein. Verantwortlich ist dafür allen voran die FDP und enttäuscht damit gerade junge Wähler. Das sagen zumindest die Nachwuchs-Olafs von den Jusos. Ja, fein, oder? Immer sind die anderen schuld. Ich liebe diese Einstellung, wenn man mit anderen zusammenarbeitet. Herrlich. Aber tatsächlich dürfen... Wir können nicht der FDP 100% der Fehler zuschieben, wenn die kleinste Koalitionspartei sind. So funktioniert das nicht. Sich viele junge Menschen mit dem Blick auf die Regierung denken... Schneller. Noch schneller. Und wo befinden wir uns jetzt? Eine Regierung, die zerstritten ist. Wirtschaftliche Krise, die soziale Schere geht immer weiter auf. Untergangspropheten ziehen durch die Lande und erschrecken die Menschen. Rechtsextreme sind auf dem Vormarsch. Viele betäuben sich mit chemischen Drogen in den Tanzlokalen in Berlin und wollen gar nichts mehr mit der Zukunft zu tun haben. Ich habe so richtige Weimar-Vibes. Bald wird auch Österreich wieder angeschlossen. Aber vorher würde ich ganz gerne nochmal Zeppelin fliegen. Und ihr könnt jetzt sagen... Ja, wer ernährt sich nicht ausschließlich von chemischen Drogen, die sehr stark süchtig machen? Ach, nö, nicht schon wieder diese Geschichtsvergleiche. Aber wie ich es euch immer sage, alles verläuft in Wellen. Oder wie bei dieser Pendelbewegung, ne? Sprich, man hat das eine, mal das andere Hochkonjunktur. Auch in früheren Phasen der bundesdeutschen Geschichte gab es Phasen der Hochkonjunktur für rechte Parteien, die nicht zuletzt junge Wähler prägten. Es handele sich um Schwankungen in den Zeitläufen, die immer wieder auftreten, sagt zumindest Wahlforscher Jürgen Falter von der Universität Mainz. Leute, ganz ehrlich, ne? Ich bin kein Freund davon, dass man aus irgendeiner Datenerhebung schließt, dass jetzt alles verloren ist und dabei völlig den Kopf verliert. Nur zur Einordnung. Rund ein Drittel der Studienteilnehmer weiß noch nicht, was sie wählen wollen oder wollen gar nicht erst wählen gehen. Aber es ist ein guter Aufhänger, das für mich größte Problem dieser Regierung zu behandeln, weil gerade alle mal kurz hinhören, die Aufmerksamkeit für wichtige Themen, die ist ja recht flatterhaft geworden mittlerweile. Laut Studie ist auch für die junge Generation Nicht-Klimawandel-Problem Nummer 1. Ganz oben auf der Liste... Könnte vielleicht daran liegen, dass es schwierig wird, das von deutscher Seite aus zu lösen. ...steht die Inflation. Dicht gefolgt von einem anderen Klassiker. Wohnraum. Habt ihr in der letzten Zeit mal nach Wohnraum gesucht, ohne zu weinen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie jetzt? Auch junge Menschen brauchen eine Perspektive für ihr eigenes Leben, bevor sie altruistische und nachhaltige Ziele anstreben? Wie selbstsüchtig! Gehen wir dem Ganzen mal auf den Grund. Na, ein kurzer Rückblick auf die Wahlkampagnen 2021. Die SPD nannte ihr Programm direkt mal Zukunftsprogramm und wollte eine Zukunft für alle und ein Programm für alle. Dazu musste man einfach Olaf und sichere... Oh je. Ah, dieses Plakat sagt doch schon alles, oder? Arbeit und Klimaschutz wählen im Bundle mit Fernmieten und Respekt für dich. Die Grünen versprachen Klimaschutz keine halben Sachen mehr. Reichtum ist, wenn alle Kinder... Genau. Das Problem ist, die FDP ist nicht an allem schuld. Es liegt nur daran, den Grünen und der SPD fällt es schwer, Nein zu sagen. Genau das ist das Ding. Frei von Armut sind Wirtschaft und Klima ohne Krise bereit, weil... Ohne Krise, vor allem, ja, weil man genau weiß, wann eine Krise kommt. Das kann man immer genau vorhersagen. Ihr es seid. Und die FDP lockte mit Sprüchen wie für mehr Freude am Erfinden als am Verbieten, Wirtschaftswunder make in Germany und natürlich das Macher-Mantra, wie es ist, darf es nicht bleiben. In den Koalitionsverhandlungen kam dann dieses Bild, das aussah wie ein Urlaubsfoto von Mama und Papa auf Sylt dazu. FDP und Grüne, jung, fresh, modern, Selfies statt Parteifotograf. Das wirkte nahbar, das wirkte echter, aber wie so oft konnte die Realität eben nicht mit Instagram mithalten. Bereits als der Koalitionsvertrag veröffentlicht wurde, hieß es schon, der Koalitionsvertrag ist ein Verrat an jungen Menschen. Man dachte... Na gut, sagen wir mal so, das ist jetzt eine Überschrift hier, keine Ahnung, wie das analysiert wurde. Das ist nicht so harter Tobak, aber die müssen ja auch erstmal ankommen im Amt, nicht? Und dann überfiel Russland die Ukraine, Putin kappte das billige Pipeline-Gas und Öl für Europa. Dafür konnte die Ampel natürlich nichts, aber die Arschkarte hat ja immer die aktuelle Regierung und nicht die, die es in der Vergangenheit verbockt hat oder das Verbocken schon mal vorbereitet hat. Ausgerechnet ein grüner Wirtschaftsminister musste die Kohlekraftwerke aufdrehen und die AKW-Laufzeiten verlängern. In Kriegszeiten... Ja, hat er trotzdem nicht besonders lange gemacht. ...gehen beim Klimaschutz manchmal eben doch nur halbe Sachen. Im Januar 23 ließ dann eine schwarz-grüne Landesregierung Lützerath durch die Polizei räumen. Der Widerstand war medienwirksam und vor dieser Kulisse erklärte Habeck, ich finde den Protest, wie er aufgesetzt wird, nicht richtig. Klimaaktivisten... Ja, natürlich ist das nicht richtig. Es war ein... Es war ein... Es war ein... Dreckskaff, in dem alle Häuser bereits verkauft wurden und sich dann ein Typ gedacht hat, Nee, ich habe mein Grundstück zwar schon verkauft, aber lass mal Klimaaktivisten in meiner Scheune übernachten. Man nennt das... Man nennt das halt... Ja... Ein bisschen... Blick für die Realität haben. Auch wenn man dem bei den Grünen selten gewohnt ist. In diesem Fall zutreffend. ...zeilig räumen lassen, um an den dreckigsten Energieträger ranzukommen. Da wurde die Glaubwürdigkeit einer ganzen Partei vom Mönch von Lützerath quasi weggetackelt. Statt mehr Fortschritt wagen, gab es mehr Kompromisse in der Krise. Man war doch gerade bereit... Ja, Kompromisse sind auch nicht schlecht. Man kann nicht nur rein ideologisch, idealistisch handeln. Geht auch nicht. Nach der Pandemie jetzt endlich mal durchzustarten, aber diese Hoffnung, die wurde zunichte gemacht. Es wirkt so, als hätte die Corona-Pandemie eine Irritation im Vertrauen auf die Zukunftsbewältigung hinterlassen, die sich in einer anhaltend tiefen Verunsicherung niederschlägt. Die Realität hat eben die Wahlversprechen eingeholt. Besonders für junge Wähler der FDP. Nach 16 Jahren GroKo hat die FDP irgendwie das Gefühl vermittelt, jede Stimme für sie ist quasi einmal Glasfaser am Knochenmark unserer gesellschaftlichen Infrastruktur. Spoiler! Es ist nicht wirklich digitaler geworden. Der Weg zum 49-Euro-Ticket war kompliziert, war anstrengend, statt einfach und unbürokratisch. Und tatsächlich ist der föderale Flickenteppich nicht einfach überwunden. Nur weil die FDP Digitalisierung in ihr Wahlprogramm geschrieben hat. Ähnliches Problem bei den 200 Euro für Studenten. In der Theorie eine unkomplizierte Finanz... Hätte man nie weggeteckelt, wäre es Polizeigewalt. Ja, true. Wie diese Klimaaktivisten immer so schreien, wenn die sich auf der Straße festgeklebt haben. Und dann wird das so abgemacht und dann greift man die hoch, also die Polizisten. Und dann schreien die so, ah, ich bin gerade weggetragen. Was erwartest du? Als nächstes schmeißt du dich vor eine Bahn und sagst, oh nein, ich werde überfahren. Du springst von einem Hochhaus und sagst, oh nein. Der Boden hat mich einfach... Der Boden hat mich einfach nicht weich aufkommen lassen. Was erwartest du? Das ist wie wenn du dir mit einer Waffe auf den eigenen Kopf ziehst, abdrückst und dich darüber beschwerst, dass die Kugel dein Gehirn kaputt gemacht hat. Ja, wow. Du verstehst logische Zusammenhänge sehr gut, auf jeden Fall. Spritze gegen die gestiegenen Energiekosten. Die zuständigen Ministerien in FDP-Hand. Aber da war kein Start-up-Spirit. Das war eher so zu wenig, zu spät. Okay, Studierende, die auf 200 Euro angewiesen sind, die sind auch selber schuld, wenn sie FDP wählen. Der Autor der Studie, die wir heute beackern, der schreibt, die Ergebnisse zeigen dringenden Handlungsbedarf. Die jungen Menschen kritisieren ein eklatantes Digitalisierungsdefizit im gesamten Bildungsbereich und in der Wirtschaft in Deutschland. Und wenn das mit der Digitalpartei in der Regierung passiert, dann kann ich mir die Enttäuschung sehr gut herleiten. Und die SPD setzt mit Arbeitsminister Heil auf Rente. Hauptsache, die Alten sind fein raus. Das neue Rentenpaket ist ein gigantisches Umverteilungsprogramm von jung nach alt. Und dass das einfach so durchrutscht, ist bezeichnend. Das Rentenpaket 2 wurde erst nach Erfassung der Trendstudie beschlossen und besagt, stark verkürzt, dass das Rentenniveau bis 2039 festgeschrieben wird. Die Rente kann also nicht sinken. Hä, es ist doch prima. Die Renten sind sicher. Aber gestatten Sie mir diese kurze Frage. Wer zum Arsch soll das bezahlen? In den 60er Jahren haben rein mathematisch sechs Erwerbstätige einen Rentner finanziert. Heute sind es nur noch zwei Erwerbstätige pro Rentner und die Prognosen sind sehr düster. Vielen jungen Leuten wird langsam das Ausmaß dieser Katastrophe bewusst, auf die wir zusegeln. Und damit meine ich mal zur Abwechslung nicht die Klimakrise, in der stecken wir ja schon. Kann die Ampel überhaupt noch irgendwas reißen oder sollte sie einfach kapitulieren? Die amtierende Regierung zu kritisieren, das fällt ja immer leicht. Schließlich ist die ja gerade im Fokus. Die CDU und der letzten Legislatur zu kritisieren, das ging besonders leicht von der Hand. Man hatte ja die vermeintlich modernere und zukunftsweisende Alternative mit Grünen und FDP, mit denen man die Politik der ewigen Regierung vergleichen konnte. Und jetzt steht man da und denkt sich, okay, wenn es selbst damit nicht besser wird, was dann? Die Achtungserfolge der Ampel in allen Ehren, aber das Progressive, was die Zukunftskoalition vollbracht hat, war im Grunde auch nur Anerkennung von Lebensrealitäten in Deutschland. Ja, Paragraf 219a im Strafgesetzbuch abzuschaffen, das war überfällig. Es gibt jetzt eine Ausbildung. Ging es dabei darum, was war das noch gleich? Ja, Paragraf 219a im Strafgesetzbuch abzuschaffen, das war überfällig. Ich weiß es gar nicht mehr. Einen Aktionsplan für queeres Leben und Bürgerräte abseits. Warte, was? Es gibt jetzt eine Ausbildungsgarantie, einen Aktionsplan für queeres Leben und Bürgerräte abseits. Der politischen Bühnen geht es Jugendlichen, aber um die elementaren Probleme im Alltag. Ist das den Parteien bewusst? Sehen die das? Klar, Identitätspolitik wird im Internet sehr laut diskutiert, aber was ist mit denen, die im Internet nicht laut sind, die einfach basale Probleme haben? Die größte Sorge ist nicht, wie ist es ein Follow-me-Reporter mit Stalking-Fetisch zu sein? Am meisten Sorgen macht sich die Jugend, die Jugend um Inflation. Das ist schon besorgt. Ja, und das auch zu Recht. ...erregend, wenn man sich nur für YouTube-Videos einen weißen Anzug kaufen kann. Aber richtig beschissen ist es, wenn man sowieso gerade nur so über den Monat kommt. Und wisst ihr, wer laut dem Paritätischen Wohlfahrtsverband die höchste Armutsquote hat? Bingo! Jugendliche. Deutlich überdurchschnittlich von Armut betroffen. Ah, es ging darum, dass man für Abtreibung keine Werbung machen darf. Stimmt, stimmt. Offen sind Kinder und Jugendliche. Mit 21,8% steigt ihre Armutsquote auf einen noch nie gemessenen, traurigen Rekordwert. Außerordentlich stark betroffen sind mit 25,2% auch junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren, was auf den hohen Anteil Auszubildender und Studierender zurückzuführen sein dürfte. Ach, herrlich, das ist eine Konst... Hohen Anteil Auszubildender oder Studierender? Eigentlich sollten wir viel mehr Prozent ausbilden und studieren. Also eigentlich sind das eher geradezu wenig. Aber klar, es muss sich auch finanziell lohnen. Und hallo Mortis, ich trinke einen Schluck. Stanz, die auch eine Zukunftskoalition nicht verändert hat. Kinder in Deutschland werden nach wie vor ärmer als junger Mensch. Wir bräuchten vor allem mehr Kinder. Der das erste Mal auf eigenem Bein stehen will oder muss, trifft es einen dann also doppelt so hart. Wenig Geld, steigende Kosten. Was wiederum direkt... Und mehr Möglichkeiten für Eltern, sich auch um ihre Kinder zu kümmern. ...mit dem Platz 3 auf dem Sorgen-Ranking zusammenhängt. Wohnen. Die Ampel-Koalition hatte sich vorgenommen, dass hierzulande jährlich 400.000 neue Wohnungen entstehen, darunter 100.000 Sozialwohnungen, um dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum entgegenzuwirken. Das Ziel ist bis jetzt noch in keinem Jahr eingehalten worden. Ja, prima, dass wir extra dafür ein Ministerium haben, nicht wahr? Die Vorsitzende der Grünen Jugend hat das mehr auf dem Schirm als ihre Mutterpartei. In Hamburg etwa kostet ein WG-Zimmer heute durchschnittlich mehr als 600 Euro. Beim BAföG sind für Miete aber nur 360 Euro eingerechnet. Ja, als das berechnet wurde, hat ein Döner auch noch keine verdammten 7 Euro gekostet. Und für einige von uns ist der Dönerpreis mittlerweile wichtiger als der DAX. Vor allen Dingen, wenn nach der Miete nichts mehr für Aktien übrig ist. Irgendwann hat sich jemand ja mal ausgedacht, dass es eine Mittelschicht gibt. Viele glauben, dass sie sich dort befinden und haben ganz große Angst, in die Unterschicht abzustürzen. Warte, 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 warte. Wird der Parabe-Ritter jetzt ein Linker? Mal sehen. Was natürlich auch wieder ein geiler Begriff ist, um diese verschiedenen Schichten, vermeintlichen Schichten gegeneinander aufzuhetzen. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, das heißt, bist du schon unter Schicht, gebt euch das gerne mal. Wir wissen, dass diese Angst vor dem Absturz Populisten in die Karten spielt. Warum sollte das nicht bei den jungen Menschen genauso sein? Und wenn das so ist, müssen soziale Fragen Priorität haben, denkt auch die Grünen. Wird-Fragezeichen. Ja, ich würde sagen, wirtschaftlich könnte er wahrscheinlich noch Linker sein, auf jeden Fall. Eine Jugend übrigens. Die Ampel macht eine unsoziale Politik. Die Folgen der Inflation sei nicht richtig ausgeglichen worden. Mit dem gerade beschlossenen Haushalt verteuert sich das Leben sogar noch weiter. Davon profitiere ganz besonders die AfD. Jetzt fortet die grüne Jugend die sofortige Auszahlung des Klimagelds. Ah, das Klimageld. Klimageld. Die Idee war doch, aus dem europäischen Emissionshandel und dem deutschen CO2-Preis Geld für den Klimaschutz zu erzeugen. Das waren letztes Jahr 18 Milliarden. Mit der Einführung des Klimagelds sollten Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit vereint werden, formulierten es die Grünen damals. Umgesetzt wurde es bisher nicht. In der Theorie kann man das Klimageld nämlich so auszahlen, dass junge Generationen... Ich sage es nur ungern, aber seit der Parabelritter bei Funk ist, wirkt er fast basiert. Real Talk. Naja, ja fast. Lassen wir mal das fast da stehen. ... und stärker davon profitieren. Doch in der Praxis hat Lindner der Auszahlung des Klimagelds für diese Legislatur generell eine Absage erteilt. Heißt, die 18 Milliarden wurden leider, leider anders im Haushalt verplant. Ha, danke für nichts. In der Praxis konnte die Ampel bislang gerade für die Jugend nicht liefern. Zeigt auch das Beispiel Cannabis-Legalisierung. Herr Scholz, wann bubert's legal? Ha, 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 Roffe. Wenn die Chefin des ARD-Hauptstadtbüros ein Meme aufgreift, dann ist es wirklich absolut tot. Hielt natürlich trotzdem kaum ein Politiker davon abgefühlt, jeden zweiten Social-Media-Post mit Brokkoli voll zu ballern. Weil es alles... Roffe. Ja, ich glaube, das ist auch... Wenn der Parabe-Ritter Jungensprache verwendet, ist sie mindestens seit... ... seit länger als ich lebe tot. Ich weiß nicht, wann ich das zum letzten Mal gehört habe. Es ist eine Weile her. Progressives Projekt gestartet. Es wurde dann am Ende auch nur... Man nennt das heutzutage Rentnersprache. Eine Entkriminalisierung. Der Strategiewechsel... Ja, die Legalisierung von Cannabis ist halt so sinnlos. Du musst Mitglied in einem Club sein. Wer ist Mitglied in einem Club? Und wie beweist du, dass derjenige, der nicht Mitglied in einem Club ist, nicht Mitglied in einem Club ist oder es von jemandem, der Mitglied in einem Club ist, geschenkt bekommen hat? Es ist so sinnlos. Also entweder legal oder verboten. Aber der aktuelle... Dieses aktuelle Ding mit diesen Clubs, wo du dann das anpflanzt und es dann verschenken darfst, aber nicht verkaufen. Es hat keinen Punkt. Du wolltest es nicht so wirklich legalisieren, aber realistisch gesehen ist es trotzdem legal, weil du das Gegenteil nicht beweisen kannst. Man kann auch selbst anbauen. Wenn andere was anderes behaupten, haben sie einfach Unrecht. Man kann auch selbst anbauen, ja klar, aber dafür brauchst du ja die Flächen und alles. Das ist nicht so leicht. Weg von der Prohibition hin zu einer Normalisierung mit erhöhten Jugend... Ist halt ein Kompromiss. Ja, ist ein schlechter Kompromiss. ...schutz hat auch für einen bürokratischen Dschungel aus Abstands- und Besitzregelung sowie konservative Bußgeldkataloge gesorgt. Im Vorfeld konnte man sich super bei jungen Wählern einschmeicheln. Geändert hat es wenig. Wer vorher kiffen wollte, hat das auch gemacht. Ziemlich hinten im Sorgenranking, aber stark angestiegen, ist die Angst vor der Zunahme der Flüchtlingsströme. Nun wird die Fragestellung schon als suggestiv kritisiert. Und ich könnte euch jetzt auch vorbeten, warum wir dringend viel mehr Zuwanderung brauchen und es gerade für uns junge Menschen wichtig sein können. Bist du dir da sicher, Herr Parabemann, sind Sie sich da ganz sicher? Wirklich, ist das so? Könnte? Die Realität ist offenbar eine andere. Ich kenne das auch aus dem privaten Umfeld. Da sind längst nicht alle so progressiv, wie uns die mediale Wirklichkeit vorgaukeln will. Und auch beim Thema Migration haben traditionell weder EU noch Bundesregierung einen nachhaltigen Plan. Aber das ist Stoff für ein weiteres Video. Wieso bleibt denn jetzt alles immer scheiße? Ich frage mich auch, ob man denn überhaupt auf dem Schirm hat, welche Politik sich junge Menschen eigentlich so wünschen. Wisst ihr, was die Jugend... Soll ich mal eine Umfrage machen, wie der Chat zu Cannabis-Legalisierung steht? Ich mach das mal kurz. Gut. Nicht. Gut. Würde mich tatsächlich interessieren. Chat, wie steht ihr dazu? Mir egal. Ich hab mal eine Umfrage gemacht hier. Wenn man in Deutschland wirklich verdrängende Fragen hat, gewinnt die Toilette oder das Waschbecken. Oh no. Toilette. Toilette. Wieso nimmt uns denn keiner ernst? Vielleicht ist das die Antwort. Wir sind einfach alle verblödet. Deswegen interessiert... Abstimmung läuft, Chat. Wird sich auch keiner für unsere Wünsche. Fair. Nee, ernsthaft. Sind wir schlichtweg zu wenige? Wir hatten es ja im vorletzten Video über die Überalterung einer Gesellschaft. Bei der letzten Bundestagswahl waren 14% der Wahlberechtigten zwischen 18 und 29 Jahren. Die 50- bis 59-Jährigen machen über 19% aus. Und es wird ja nicht besser. Schauen wir uns die Alterspyramide mal an. Wie ihr aus dem Geo-Unterricht wissen solltet, ist Deutschland ja eine Glocke. Noch. Wollt ihr mal gucken, wie das 20-70 aussieht? Mich erinnert das eher an eine Pyramide. So. Es finden 54% gut. 54. Es ist wirklich ein Thema, wo die Leute hier ziemlich gespalten sind. Ich habe es schon ein paar Mal mitbekommen. Für einen Politiker ist es damit deutlich attraktiver, Politik für Rentner zu machen. Es sind halt mehr Stimmen. Im Zweifel also lieber Rentenpaket 2 als Schuldigitalisierungsoffensive. Zumal es damit ja auch nicht getan ist, aber auch das ist ein anderes Thema. Warum beschweren sich diese jungen Menschen überhaupt? Der Polylux, der funktioniert doch noch ganz hervorragend. Oder hast du da ein neues Konzept, Christian? Das geht sie nichts an. Ah, Moment, Leute. Ich habe da gerade einen Fax vom MDR mit Änderungswünschen zu dem Skript bekommen. Abgelehnt. Zu spät. Toll finde ich ja auch, dass es dann oft heißt, die jungen Leute sollen sich für ihre Ziele doch einfach mehr engagieren. Und wenn sich dann Menschen engagieren, dann sieht das halt so aus. Und unabhängig. Wisst ihr was? Ich würde sagen, Bankraub zum Beispiel. Können wir doch auch einfach umformulieren in gewinnorientierte Aktivität zur Aufbesserung der finanziellen Lage. Das nennt man Engagieren. Engagieren ist es, wenn du Straftaten begehst. Das nennt man Engagieren. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass der Parabel das gesagt hat? Es ist Engagieren, wenn man Straftaten begeht. Abhängig davon, wie man diese Aktion einschätzt. Sie haben sich für ihre Ziele engagiert. An der Wahlurne kann man sich nicht durchsetzen. Auf der Straße wird man eingesagt. Das Ergebnis ist ein Gefühl. Nicht auf der Straße. Also laufen darfst du da. Aber soll es sich halt nicht auf einer Fahrbahn festkleben. Von mir aus, also ich meine, Anarchie können wir machen. Dann darf halt aber auch jeder jeden überfahren dann. Das wäre dann Anarchie. Kann man für sein. Hat Vor- und Nachteile, I guess. Aber dann dürfen ja auch alle überfahren werden. Das wäre dann Anarchie halt. Das Gefühl der Machtlosigkeit. Der 75-jährige Politikwissenschaftler Manfred G. Schmidt ist aufgrund seines Alters jetzt vielleicht ein kleines bisschen Bias, wenn er findet, dass die Rentnerdemokratie noch nicht in Sicht ist. Also rein vom Altersdurchschnitt ist es halt noch nicht so weit. Wo sind wir bei 44 Jahren im Schnitt? Aber auch er schreibt, die politischen Folgen der Alterung der Bevölkerung in Deutschland sind spürbar. Mit ihr haben die Senioren mehr Markt- und Verbandsmacht gewonnen. Und mit ihren Wählerstimmen mehr Staatsmacht. Und eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, knapp über die Hälfte der 18- bis 13-Jährigen äußern sich misstrauisch über die Bundesregierung und 45% äußern fehlendes Vertrauen in das Parlament. Gleichzeitig ist die Zustimmung zur Demokratie als abstraktes Konzept im europäischen Vergleich aber überdurchschnittlich hoch. Was heißt das? Als ob jemand sagt, Demokratie total schlecht. Aber ja, es gibt Leute. Kalifat finden zum Beispiel einige ganz gut, habe ich gehört. Das fehlende Vertrauen in die politischen Entscheidungsträger plus ein eher pessimistischer Zukunftsausblick der Jungen ist eine ernstzunehmende Herausforderung für unsere Gesellschaft. Das sagt auch die Studienautorin der Bertelsmann Stiftung. Es braucht gezielte Maßnahmen und das Vertrauen in die Fähigkeit der Politik, Probleme zu lösen, zu stärken. Ein Beispiel hierfür ist die Förderung der aktiven Beteiligung junger Menschen am politischen Diskurs. Ich habe aber eher das Gefühl, dass die alten Leute gar keine Vorstellung mehr davon haben, was eigentlich eine Jugend ist. Oder besser gesagt, dass auch junge Menschen keine uniformierte Gruppe sind, wie damals, als du beim Flaggdienst eingeteilt warst, Helmut. Das sind eben nicht alles diese linkswoken Aktivisten der letzten Generation. Zum Glück. Es gibt auch in der Gen Z sehr unterschiedliche Weltanschauungen. Ja, zum Glück. Bin ich Gen Z? Ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Ich glaube, ja, bis 2010. Liberale Crypto-Boys, Stock-Konservative, Wannabe-Hausfrauen, LGBTQ-Unterstützer, Weltenbummler, Lebenskünstler und mich, den ältesten 29-Jährigen der Welt. Im Herzen Dorfmensch, gefangen in der Großstadt, auf der Suche nach einer erschwinglichen Burg mit Turm und Zugbrücke zum Hochziehen. Kaufen, Mieten, Wohnen, aber mit Burgen aus Mitteldeutschland. Wäre das nicht was für euch, MDR? Oder für euch als Zuschauer? Bock? Tatsächlich hat diese Bertelsmann-Studie da noch einen sehr interessanten Punkt. Wenn es darum geht, was sie sich für die nächsten Jahre wünschen, dann wollen die meisten jungen Menschen viele Besitztümer, gutes Aussehen, klare Ziele, also es sind für mich jetzt schon ziemlich klare Ziele, eine erfolgreiche Karriere und ein Eigenheim. Ich interpretiere... Was auch sonst. Ähm, 95% wollen zu den Top 5% der Bestaussehendsten zählen. Siehe das so. Wenn wir mal das ganze Gen-Z-Tik-Dok-Blabla weglassen, wollen die meisten jungen Menschen eigentlich ein relativ konservatives Leben führen. Nicht im Partei... Based. Keinen Sinne, sondern eben Familie, Auto, Haus. Und ich hoffe auch Baum. Ein paar am besten. Anders formuliert. Wir werden es vermutlich nicht so gut haben wie die Generation vor uns. Aber wir wollen... Oder Windräder. Windräder eigentlich viel cooler als Bäume, so im Gartenpaar. Nicht auf das Wohlstandsversprechen verzichten, das uns die Gesellschaft die ganze Zeit suggeriert hat. Die vielen Krisen dieser Zeit machen das aber gefühlt immer unwahrscheinlicher. Und das sorgt eben auch für politischen Frust. Und auch, wenn die aktuelle Bundesregierung für einen Teil dieser Krisen wirklich wenig bis nix kann... Der da hat mal einen Tweet von mir geliked. Oh, ihr seht mein Mauszeiger gar nicht großartig. Warum seht ihr meinen Mauszeiger nicht? Hier. Der da hat mal einen Tweet von mir geliked. Ja, ich weiß, peinlich. Erwarten halt auch junge Menschen Lösungen oder zumindest Unterstützung oder vielleicht sogar eine Vision. Wie es in der Zukunft vielleicht einfach mal besser sein könnte. Oder zumindest gleich gut. Und jetzt sage ich was, das sage ich nicht oft. Ich finde, der Chef der Jungen Union hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Im Streitgespräch mit Arbeitsminister Heil zum Rentenpaket sagte er, man muss aufpassen, dass aus dem Demografieproblem... Cem, warum nennst du ihn beim Vornamen? Bist du auch befreundet mit ihm, Kappa? Nee, ich glaube, ich kann mich nirgends mehr blicken lassen, wenn ich das jetzt, wenn ich das zu viel rumerzähle. ...unserer Gesellschaft nicht irgendwann ein Demokratieproblem für die junge Generation wird. Nur durch dich. Kommen wir mal zu meinem persönlichen Fazit. Habt ihr schon das neue Plakat der SPD zur Europawahl gesehen? Rechtsruck stoppen, SPD wählen. Bitte was, Olaf? Was soll das heißen, Katharina? Genau das haben viele vor drei Jahren gemacht. SPD gewählt, damit ihr eine progressive linkere Politik macht. Und zwar für alle Altersklassen. Ihr seid die Partei, die den Kanzler stellt. Der Frust geht ja auch auf euer Konto. Warum habt ihr... Ja, aber vor allem... Ja, okay. Ihr habt den Rechtsruck noch nicht gestoppt? Hm? Ich... Vor allem, wie möchte man denn einen Rechtsruck stoppen... Warte mal. Man kann doch keinen Rechtsruck stoppen als Einzelperson. Man selber hat eine Stimme. Wenn mehr Leute rechts wählen, dann ist das in einer Demokratie halt so. Solange es im demokratischen Bereich ist, ist es auch keine Sache, die man stoppen muss mit seiner Wahl. Man kann natürlich eine Stimme dagegen abgeben. Aber genauso können es andere anders machen. Und gestoppt ist dann gar nichts. Man hat genau eine Stimme. So funktioniert Demokratie halt. Ich finde es schon lustig, wie die SPD erst schlechte Politik macht und sich dann beschwert, dass die jungen Menschen falsch wählen. Oh mein Gott, was? Die meisten Wähler, die 2021 zur SPD kamen, stammten übrigens von der CDU. Unbelehrbare Überzeugungstäter, die nur noch auf die Rentensätze schauen. Und es ist egal, ob rot oder schwarz. Man kennt die, man weiß, da ändert sich eh nichts mehr. Sich machtlos fühlen kann ja zwei Reaktionen bewirken. Echt nicht verstanden? Fragezeichen? Uff. Was habe ich nicht verstanden? Oder wer hat was nicht verstanden? Uff. Wer hat was nicht verstanden? Uff. Radikalisierung oder Desinteresse. Ich habe einfach Angst, dass sich viele Jugendliche für die letzte Option entscheiden. Weil sie immer wieder Frust erleben. Da hilft es auch nicht, sich jetzt mal panisch bei TikTok anzumelden. So Leute, ich bin jetzt auch auf diesem Kanal. Nein, 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 ich muss Uwu sagen. Bei TikTok anzumelden. Können wir Politikern bitte verbieten, sich bei TikTok anzumelden? Bitte, Uwu, bitte. Jung und hip. Bei politischen Entscheidungen setzt sie aber weiterhin auf die Generation Zeitung. Eine dritte Erkenntnis, die ich schon länger habe. Vielleicht sind junge Menschen heute auch viel, viel konservativer, als wir das manchmal denken. Durch die sozialen Medien. Viele wollen auch einfach nur ein einfaches Leben mit, weiß ich nicht, Reihenhaus. Was ja based wäre. Gesunder Familie, einem ordentlichen Einkommen. Du sitzt im Zeitgeist-Café und liest queere Literatur. Cool, weitermachen. Aber es gibt eben auch die... Hey, ich dachte, jetzt kommt eine Rappler ein. Du sitzt im was für Café auch immer und liest queere Literatur. Während ich dann irgendein cooler Reim da drauf. Come on. Das wäre doch nicht so schwer gewesen, Herr Parabelmann. Konservativen Dorfmenschen, die mit ihrem heteronormativen Kleinstadtleben sehr oft zufrieden sind und sich überhaupt nichts anderes wünschen. Wir machen alle oft denselben Fehler, den auch die politischen Mumien machen. Wir schließen von unserer Bubble auf den Rest der Gesellschaft. Ist ja nett, dass ihr auf dem TazLab entspannt über Umverteilungen die Zukunft des Sozialismus debattieren könnt. Aber das war halt auch mitten in Kreuzberg und nicht in Celamelis. Nur weil um dich herum alle wahnsinnig woke und hip sind. Heißt das nicht, dass du für eine gesamte Generation sprechen kannst. Klar. Also wie Gonzo das ausdrücken würde, beziehungsweise wie er es nicht ausdrücken würde, aber wie dekadent das ihm jetzt in den Mund legen würde. Eine kleine woke Minderheit dominiert den Diskurs. Und der hat das zwar nie so gesagt, aber er hätte recht damit. Macht Tempolimits Sinn. Aber es macht auch Sinn, sich nicht jedes Wochenende in Berghain-Emma zu schmeißen. Was meine Position dazu ist, durfte ich nicht sagen. Das musste ich rausschneiden. Das war dem MDR nicht jugendfrei genug an dieser Stelle. Naja. Leider gibt es aber eben Themen, die alle politischen Lager treffen. Vor allen Dingen Inflation, Wohnen, um die wir uns alle Sorgen machen müssen, wenn wir nicht im überbordenden Reichtum geboren sind. Und ich denke selbst, die machen sich darüber Gedanken. Die Regierung könnte auch Debatten über die Vermögensverteilung anfangen. Ich vermute, dass keine Generation mehr so reich sein wird, wie die unserer Eltern. Vielen Dank an den Klimawandel. Die Ampel betreibt nur Appeasement in Detailfragen für einzelne Bubbles, um die großen Fragen der aktuellen Zeit liegen zu lassen. Mal eine Kesse-Idee meinerseits. Geht doch mal ein paar mutige Schritte in die Richtung, für die man euch gewählt hat. In Richtung zukunftsweisender Entscheidung. So bekämpft man einen Rechtsruck. Übrigens, wie geht's Gonzo? Der hat ewig nicht mehr gestreamt. Soweit ich weiß, hat er ja auch gesagt, der hatte eine OP. Aber ihm geht's glaube ich ganz gut. Der hat ein Video dazu auf YouTube hochgeladen, glaube ich. Ein kleines Statement-Update-Video. Gonzo können wir übrigens bald mal bei Retalk ist das sehen, wenn alles gut läuft. Ich hab den da auch eingeladen. Das wird auch sehr cool noch. Gonzo bei Retalk ist das. Damit werden wir komplett rasieren. Und nicht mit stumpfen Parolen auf einem völlig sinnlosen Plakat. Ich könnte jetzt auch noch länglich ausführen, wieso die politische Linke mal wieder eine Vision braucht. Nach dem Beispiel Wohlstand für alle und sich nicht in Identitätspolitik verheddern sollte. Aber dafür könnt ihr auch einfach mein Video über das Ende der Wokeness schauen. Und das war's für heute von mir. Teilt das Video gern mit Freund und Feind. Lass gerne... Warum ist die Belichtung jetzt wieder so dunkel, Herr Parabemann? ...ein Abo da. Außerdem hat sich Atlas zuletzt damit beschäftigt, wie kaputt China eigentlich ist. Schaut da gerne nochmal rein. Ich weiß, ihr seid nicht so die großen Freunde des Themas China. Das haben wir... Deine Endcard ist nicht richtig eingeblendet. Naja. Ähm, trotzdem. Ganz gutes Video, würde ich sagen. Mh... Bisschen zu hektisch durch die Themen gesprungen für meinen Geschmack. Das ist aber bei den Parabel-Ritter-Videos häufiger so. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch die Reaction gefallen hat. Und wir sehen uns bei Twitch wieder. Hier oben ist der Link.